herzlich willkommen zurück zu diesem spiel marion luigi und ich würde sagen luigi's menschen drei und wir befinden uns immer noch in diesem in der welt der wunder irgendwie sind über noch neue gegner und wir wissen was wir machen sollen hier ok wiederum ist es immer da hat Das kompliziert doch nicht nur dieser kleine Raum, weil der Raum ist so klein, ne? Irgendwie klären wir gerade jeden Raum nochmal hier, weil die alles wieder resetet haben glaube ich. Okay. Hallöchen! Ja, komm her, oder? Schau dran. kann kann er weiter sein Königin ja wo den raum da oben haben jetzt kann man den raum hier unten noch mal nehmen eh ja 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 ei Es ist ein bisschen verwinkelt hier, wenn man sieht, man meint man geht in den einen Raum rein, dann landet man ganz woanders, wenn man sieht. Das ist ein bisschen komisch. Spiegel ist nicht fies. Das ist ein bisschen komisch. Ah, das ist ja noch. Wenden. Ah, komm her. Das wäre aber schwieriger hier. Geh nochmal raus. Geh nochmal raus. Geh war er schon? Geh nochmal raus gehen. Geh die Gelschel! Geh maten! Geh ja... doğrus과�ижуac. Ah, das ist ein Obdrag. Oh, oh, yeah! Kommt da noch was raus? Glaub nicht, oder? Hatten wir doch schon. Ja. Oh, oh mein! Und noch reingehen von außen, komm! Hallo! Ich kann nicht, wie man überhaupt zu den Räumen hinkommt. Ist auch blöd, ne? Oh, oh mein! Oh, 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 oh! Ah, okay. Wirst du anfangen? Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Mist, mist, mist. Ist das auch für kleine Weg? Hello? Hallo? Das ist echt verwehrend hier. Oh, oh, oh. Hallo. Wir werden hier unten mal rein. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Hä? Folgt auch keiner bestimmten Logik hier, oder? Oh, 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 oh. Anstatt letzter Raum zu sein. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh, oh. 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 Ah, du gehst da, du. Okay, na, na, na. Oh. Oh. Ganz rechts ist die Bombe, ne? Was hab ich so gesehen? Oh, gehts nicht weg! Oh mein! Jetzt weiß ich irgendwie nicht wo die Bombe drin ist. Okay, jetzt ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ich komm schon zwei Bomben. Das heißt durch Zufall, jetzt muss ich genau darauf achten, dass ich den richtigen finde. Das ist natürlich so leicht. Okay, zwei Bomben. Also immer den Guten im Kopf behalten. In der Mitte müsste sie sein. Oh, das war gemein. Oh! Oh! Oh, das war gemein. Das war ja gemein, dass es dunkel wird. Oh! Hinterhalte ich. Nochmal. Okay, also nochmal. Das ist wirklich gemein. Okay, ich bin jetzt irgendwie der Meinung, dass die in der Mitte ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Ah, scheiße. Ah. Keine Ahnung. Das ist einfach nur durch Glück. Oh! Oh, scheiße ey. Das schaffe ich jetzt ja nicht mehr. Scheiße ey. Oh! 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 Wow! Ich glaube hier ist sie. Wow! Wow! Oh! Ja! Oh! 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 nicht so leicht, knifflig war es. Schaut euch trotzdem. Freut mich ja, wir nehmen erst mal das Leben da. Zwölf. Sehr gut. Oh, na gut. Immer voll, aber hier ist ja Kiste, wie ich sehe. Und wieso sehe ich die hinten nicht? Wart mal. Okay. Sehr gut. So, ab zum Fahrstuhl. Ich fahr' ich doch gar nicht drückt. Ich fahr' ich doch gar nicht drückt. Ich fahr' ich doch nicht drückt, allein. Ah, ok. Ah, gut. zum fahrschul schnell mann 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 schon heikel geht das thema gewesen so war man wir gehen einmal kurz zu doktor den kums ich wollte nicht sprechen kurz zu den noch zurück zum hotel und das war es dann glaube ich schon wieder das jetzt hier reingeschaut habt noch vier level ja vielen dank bis dahin tschüss ja